Ich will jetzt mal mit Jackie eine Brailleball-Runde machen. Schauen wir, ob die Gegner gewinnen oder ob wir gewinnen. Let's go! Let's go kick some! Hey, watch it! What the fuck was that? I'll fix this situation. Hey, leave me alone! 1-0-4-1 Out of my way, you crony! Here's what you get! What you get, hey! That's what you get! Ja, 2-0 und wir haben die Runde gewonnen. Dann sagen wir mal Tschüss Leute.